Diese hier angebotene Einzimmer-Mietwohnung ist ab sofort bezugsfrei. Die gut gepflegte Souterrain-Wohnung befindet sich im Rhein-Hunsröhr-Kreis. Die Wohnung wurde 1975 erbaut und wird über eine Gaszentralheizung beheizt. Das Objekt verfügt über ein Badezimmer sowie einen Außenparkplatz. Die Ausstattung befindet sich in einem gepflegten Zustand. Die Souterrain-Wohnung umfasst eine Wohnfläche von ca. 30 m². Die Gesamtmiete dieser Souterrain-Wohnung beläuft sich auf 260 Euro. Wir stehen Ihnen gerne für weitere Fragen zur Verfügung.